Sicherlich nicht mit der Brechstange und sicherlich nicht gegen den Willen der betroffenen Bürger vor Ort. Ganz sicher damit, dass wir die Bürger einbinden, dass wir sie selber zur Mitarbeit bei der Energiewende führen, damit sie es eigenbestimmt die Energiewende mit leisten. Wir sollten uns unabhängig machen von russischen Gaslieferungen, von arabischen Öllieferungen, von amerikanischen und australischen Kohleimporten und erst recht von Atomstrom aus Temelin. Deshalb muss eine Energiewende mit den Bürgern vor Ort gemacht werden. Das ist eine Örtschöpfung vor Ort.